So, hallo Tanne, ich hoffe du hörst mich nicht rückwärts, weil ich hab das Mikrofon heute andersrum liegen. Hallo! Kommentare, Lisa, lach nicht, ich muss aufnehmen. Hashtag Bäumchenfunk. Wenn das jetzt noch öfter kommt, dann nimmst du dieses Hashtag Bäumchenfunk und schneidest das hinten ran. Tanne, du hast voll die... Ich hätte das vorher mal lesen sollen. Seit HW nicht mehr raucht, klingt er definitiv höher. War es vorher oder nachher authentischer? Schreibt das mal in die Kommentare. Ja, du kleine Nase. Ist halt... Welche Games zockst du so... Ich kann nicht reden. Hallo, Carfick-Pong... Carfrit... Pong-Pong-Fick, Mann. Carfrit, 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 warum ist denn das zu schwer? Eine Socke. Hey Tanne, du kannst dir mal... Manno. ...Frosch-Sammlung zeigen. Ich wette, das tust du sogar direkt nach dieser... Nach diesem... Nach diesem... Nach diesem Kommentar. Wollt ihr, wenn ihr... Ist der Komi jetzt dein Ernst hier? Ich kann mir denken, wie du ihn beantworten würdest. Hallo, Tanne! Ja, das war's. ...Entertain you! Nixter-Kommi. Ja, äh... Liebe Kinder, nixter-Kommi. Tanne, pack das bitte in die Outtakes, dass Deutschland aufhört, das Kommentar zu schreiben. Ich flipp noch aus! Okay, weiter. ...Nichter. Ich nert. Von Herzen. Nert. Mach die Straße aus, wenn du mit mir redest. Pff. Tannenbaum. Hehehehe. Sondern eine Katze... ...oder ein... Hase. In meinem Fall. Wieder mal über ein Bäumchen von euch meinen... Wahnsinn! Das war's. Warum höre ich mich jetzt an wie im Stimmbruch? Kein Problem, dafür gibt es Uncle Bumms Nudon und Uncle Bumms Barbecue so safe! Bye Bye!